Die NWO sieht alles. Die NWO besteht aus sechs Personen. Wer sind diese sechs Personen? Unter anderem einer, der sich Sekal nennt. Sekal. Seit mindestens sechs Jahren ist er dabei. Noch heute ist er Administrator des NWO-Servers auf der Plattform Discord. Wir wollen mit ihm sprechen. Guten Tag, Herr ***. Sieka, warum machst du nicht die Tür auf? Sieka, ich zieh an deinem Türknopf. Ich klingel, bist du mir auf Mast. Ich klingel tags und klingel nachts. Oh, Sieka. Warum mobbst du Menschen im Internet? Du weißt, es ist falsch und auch nicht nett. Du bist ein Mobber schon seit Jahren. Hast kein Auto, musst, musst fahren. Warum bist du so, Sieka? Oh, ist dir das Leid der anderen egal? Warum machst du nicht die Tür auf? Ich klingel, bist du mir auf Mast. Ich klingel tags und klingel tags und klingel. Und klingel tags, wo sieka. Wir sind Typen der NWO. Gehen gut ab, meistens auf dem Klo. Drei NWO-Ler-Krüppel mit dem Kontrabass saßen auf der Straße und erzählten sich was. Da kam die Polizei, ei, was ist denn das? Drei NWO-Ler-Krüppel mit dem Kontrabass. Drei NWO-Ler-Krüppel mit dem Kontrabass.